Herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Wir sind immer noch in der zweiten Aufnahmesession. In der letzten Folge ging es um das Thema Sucht. Und da haben wir ja schon mal so ein bisschen wieder über Krypto oder auch Krypto fällt natürlich in das Thema Sucht rein. Deswegen kommt es natürlich auch in diesem Podcast vor. Und heute haben wir auch ein sehr, sehr interessantes Thema, vor allem für viele neue, die jetzt möglicherweise in den Kryptomarkt reinkommen oder reingekommen sind. Und ich glaube, da hat jeder von uns, jeder von uns drei hier sehr, sehr gute, teilweise aber auch sehr, sehr schlechte Erfahrungen. Und zwar geht es heute um das Thema, woran scheitern Krypto-Neulinge? Interessantes Thema. Ich glaube, da gibt es viel zu besprechen. Ich habe mir auch so ein paar Notizen schon mal gemacht, was ich damals oder ja, was heißt Fehler gemacht, aber was man halt so alles mitgenommen hat. Ich hoffe, die anderen beiden auch. Und ja, damit stelle ich wieder die gewohnte Frage. Ist alles okay bei euch da draußen oder bei euch zwei? Ja, bei mir ist alles okay. Noch genauso wie vor einer Viertelstunde quasi. Klingt gut. Ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen, wenn wir hier eine Podcast-Session machen. Nee, aber ist doch völlig okay. Als erster Eisbrecher finde ich das ja nicht verkehrt. Richtig. Da kommt mal viel, viel besser. Ich habe gerade einen Joghurt gegessen. Was? Ich habe gerade einen Joghurt gegessen. Ah, cool. Ich habe was getrunken. Und René, was hast du so gemacht? Ich bin süchtig. Ich habe meinen Eiskaffee. Ah, okay. Ja, sind wir wieder beim Thema Kaffee. Guter Übergang von der letzten Folge. Eiskaffee, das ist Zucker und Kaffee. Genau. Karamellsirup, Kokossirup, Kaffee, alles drin. Er übertreibt es. Vielleicht noch mal schön rüber nach Holland fahren. Er hat nichts gelernt aus der letzten Folge. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen mehr gelernt. Unglaublich. Ich bin Kars schon. Die Scheller-Koms war mein Vorbild. Guter Einstieg auf jeden Fall. Ja, geben wir... Ja. Was? Ich sagte nur ja. Ach so. Sollen wir durchstarten mit dem Thema? Ja, würde ich auch sagen. Also, heute geht es darum, wie gesagt, woran scheitern Krypto-Neulänge? Jeder ist zu einem anderen Zeitpunkt in den Markt gekommen. Wir sind momentan wieder in der Phase, also wenn der Podcast erscheint, hoffentlich sind wir da ein bisschen weiter höher. Oder wir sind deutlich tiefer. Weiß ich nicht. Sucht euch aus. Hoffentlich sind wir ein bisschen höher. Auf jeden Fall ist jeder zu einer anderen Zeit in den Krypto-Markt gekommen. Jeder steht vor allem am Anfang vor der Frage, wie steige ich überhaupt ein? Was sind so die Gefahren, die da draußen lauern, wenn man da reingeht? Ich habe ja schon in der ersten, ich glaube in der ersten Podcast-Folge darüber gesprochen. Ich bin einfach all in 500 Euro, was ich damals so hatte, auf dem Konto reingegangen. War cool. Hätte aber auch brachial schief gehen können. Und da würde ich einfach mal, ich würde René jetzt heute mal anfangen lassen, weil er es uns immer so ein bisschen zum Schluss kommt. Ja, jetzt bist du ein bisschen überrascht. Ich weiß, ich habe gesagt, bereite dich vor. Nee, Spaß. Ja, woran denkst du scheitern Krypto-Neulänge vor allem? Also viele neue, die halt in den Markt reinkommen. Jetzt mal spezifisch so generell, du bist neu, wir gehen jetzt mal nicht aufs Thema Trading ein. Können wir vielleicht, vielleicht sogar eine extra Folge, je nachdem wie lange sich die Folge jetzt zieht, vielleicht nochmal extra drauf eingehen. Aber woran denkst du scheitern die, wenn sie neu in den Markt reinkommen? Oder gerne mal eigene Storys, wie es bei dir war? Moonboys zum Beispiel. Oder alles glauben, was Leute auf YouTube erzählen. So, denn wirklich 95% aller Leute auf YouTube halten diese Coins stellenweise selber, die sie euch anpreisen. Und stellenweise sind es halt auch nicht mal gute Coins. Wenn wir jetzt mal nicht auf das Thema Trading eingehen, sondern die erzählen euch das Blaue vom Himmel. Oh, hier ist mal ein Scam-Projekt, da ist mal ein Scam-Projekt. So, wurde ich auch schon ein paar Mal angefragt. Hier hast du Bock, dir ein 100er zu verdienen. Stellst du dir das Projekt mal vor. Guckst du dir die erste Seite des Projektes an und die Website ist einfach eine einzige Scrolling-Page. Und du denkst dir, das Ding stinkt 500 Kilometer auf den Wind. Da rieche ich die frische Landluft noch, wenn ich hinten in der Großstadt bin. So gefühlt mal als Vergleich. Zum einen das und zum anderen, wenn wir auf das Thema Trading eingehen, dem Menschen wird ein vollkommen falsches Bild vermittelt. Die Leute glauben, Trading ist ein Schnellwert-Reich-System. Oder wie du eben auch so schön sagtest, so, ja, steigst du so am Bullrun ein, denkst du, jawohl, läuft, knallt direkt nach oben. Ist ja ziemlich simpel, das Spielchen. Und irgendwann kommt dann halt gegebenenfalls auch die Retourkutsche, wenn du einmal Pech hast. Und die wird bei 95% aller Menschen am Ende des Tages einmal kommen. Dann hat man noch so, wenn wir gerade nochmal ganz kurz beim Thema Traden bleiben, das Thema Selbstüberschätzung. So Menschen glauben, sie können es, sie können es aber nicht. So, dann hat man so 90-90-90-Regeln. 90% der Trader verlieren in den ersten 90 Tagen 90% ihres Geldes. Und von diesen, oh ja, und von diesen Tradern, denen das passiert, bleiben am Ende des Tages genau 1-2% übrig, die das Ding aus Prinzip, Mann oder Maus, ich ziehe das Ding jetzt durch, dranbleiben. Und diese Menschen, die es schaffen, sich da rauszutraden, die gehören in den Olymp der Trader. Wirklich sagenhaft. Wenn man sich das mal anguckt, ich hatte hier das gestern sogar noch in dem Buch drin. Und jetzt, das ist jetzt mal kurz eine Frage an euch. Was schätzt ihr, wie viel Prozent muss man wieder reinholen, wenn man einmal roundabout 95% seines Kapitals verloren hat? Boah, jetzt kommst du hier mit Kopfrechnen. Boah, scheiße, warte mal. Viel. Viel. Nee, komm, haut mal Zahlen raus. Nee. Einfach schätzen. 900%, 950. Benji? Achso, ich soll jetzt eine Zahl sagen. Ja, 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 irgendeine Zahl. Ja, eigentlich weigere ich mich, weil das ist eine ganz einfache mathematische Sache. Das kann man ja einfach mathematisch ausrechnen. Ja, komm, hau einfach raus, was schätzt du gerade? Natürlich kannst du es einfach ausrechnen. Mach einfach eben schnell. Ja, 1000%. Beide lau ich da falsch, und zwar um roundabout 50%. Wenn ihr 95% eures Kapitals verloren habt, müsst ihr 1900% machen. Wenn ihr 90% verloren habt, müsst ihr 900% machen. So, da seid ihr dann nah dran. Aber verliert ihr nochmal 5% mehr, ihr seid faktisch gesehen voller Marsch. Versucht mal 1900% zu ertraden an der Stelle. So, das sind halt so falsche Herangehensweisen, wenn man sagt, daran scheitern die Menschen am Cryptospace. So, und diese Leute hören einfach Meme-Coins und kaufen die dann direkt zum Beispiel. Übrigens auch der Grund, warum Shorts eigentlich viel schlechter sind als Longs. Also diese Rechnung veranschaulicht das. Du kannst mit Longs viel schneller und viel einfacher Geld machen als mit Shorts. Aber egal, mach weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber es war, weil es gerade so schön passte, dein Beispiel. Deswegen, es gab ja auch von Florian Hom dieses Besondere, die Kunst des Short-Sellings oder der Leerverkäufe, dass du auch permanent zwei Trades gleichzeitig offen hast. Das habe ich auch gelesen. Ein Long, ein Short. Ja, ich habe mir sogar mal den Kurs von dem gekauft. Pustekuchen. Hat nie irgendeinen Scheißkurs von dem gegeben. Hotzau. Nee, an sowas scheitern Krypto-Neulinge auch. So, ohne Mist. Holt euch nicht irgendein gottverdammtes teures Trading-Programm an der Stelle, was dreieinhalbtausend Euro oder so kostet. So, ich habe damit bald fünfstellig verbrannt am Ende des Tages, weil ich voll tief in die Materie reingehen will. Weil mich jedes kleinste Detail interessiert dahinter. Ich liebe mathematische Zahlen, ich liebe Muster, ich liebe Psychologie. Warum ist einfach mein Wesen her? So, und ich habe Unmengen Geld dafür ausgegeben und am Ende des Tages hat es mir quasi nichts gebracht. So, und jetzt ist halt auch meine Prinzip-Sache so ein bisschen. Ich gehe hin, sammle Bücher, arbeite die Bücher durch und mache dazu Tutorials und alle können mich am Poppes lecken, mal so grob gesagt. Aber das sind diese Punkte, woran Neulinge scheitern. Hype-Coins kaufen, sich nicht darüber informieren, was macht dieses Projekt. Ich meine, da bin ich jetzt vielleicht nicht gerade das Paradebeispiel, weil mich Trading an der Stelle wesentlich mehr interessiert, anstatt Research zu machen. So, was soll ich denn damit? So, will ich nicht. So, aber bei manchen Dingen, wie zum Beispiel VeChain, finde ich, ist es mit eines der absolut geilsten Projekte überhaupt. So, feiere ich total, was die machen. Aber da muss man sich auch erstmal durchlesen, was die machen, wofür die da sind, was die bieten und so weiter und so fort. Sich damit auseinandersetzen, nicht direkt, sage ich mal, das erstbeste Hardware-Wallet kaufen. Mal nebenbei, ich habe immer noch kein Hardware-Wallet, so weil es mich einfach zu 95% der Zeit halt auch nicht interessiert. Und, ähm, ja. Gefährlich. Nee, aber, äh, also hol dir ein Hardware-Wallet, auf jeden Fall. Äh, ähm, nee, aber ich gebe dir dann... Ja, unwahrscheinlich. Ja, irgendwann wirst du auch auf den Trichter kommen. Nee, aber ich gebe dir auch vollkommen recht, ähm, dass einfach so, ähm, ja, wie erklärt man das jetzt am besten? Ähm, die Leute kommen halt einfach teilweise auch, ich habe mir auch den Begriff FOMO mal aufgeschrieben, weil die Leute halt einfach so getrieben werden. Einerseits, wie du sagst, natürlich, äh, durch YouTube, ich fühle mich da jetzt auch nicht unbedingt unschuldig, ne? Auch ich mache Clickbait-Titel und sowas, dann kommt es natürlich auch noch auf den Inhalt an, das ist da nochmal was anderes, ne? Aber grundsätzlich stimme ich dir da komplett zu, dass, äh, durch YouTube, durch Artikel, etc., pp, die Leute einerseits in den Kryptomarkt reingeschmissen werden. Die sehen teilweise Berichte von Artikeln, äh, das ist nicht nur irgendwelche Kryptoseiten, das sind auch ganz normale wie, äh, Bild.de oder Fokus, die dann hier, ja, hiermit werden sie Millionär mit diesen, äh, Kryptowährungen und so. Also, damit triggerst du die ersten Leute in den Markt rein, die gucken sich das an, dann fängst du an, okay, googles mal ein bisschen, dann kommst du auf YouTube, dann siehst du das, 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 das. Das ist dann schon ein bisschen so ein bisschen Überforderung, dann gehst du in die ersten Telegram-Gruppen rein und so, so habe ich zumindest dann begonnen. Und dann hörst du die Bilder, ja, kauf das, kauf das, weißt du, du hast, äh, gerade mal 500, äh, Euro in Bitcoin reingesteckt und dann kommt, oh ja, du musst unbedingt das kaufen. Wir haben wie viel Kryptowährungen in 20.000, 25.000 mittlerweile? Irgendwie so grob um den Dreh rum und jeden Tag kommen 10, 20, 100. Alles Wertpapiere. Ja, alles Wertpapiere. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, das werden wir auch mal irgendwann nochmal ansprechen, äh, solche Themen auf jeden Fall. Ähm, nee, aber da bist du auch dann ein bisschen überfordert. Ich glaube, da fehlt auch so ein bisschen, nicht die Bildung eines Einzelnen, aber so ein bisschen, äh, sich vorher, die Leute müssten sich vorher einfach mal ein bisschen so Gedanken machen, bevor du in diesen Kryptomarkt reinkommst. Erstmal so ein bisschen, okay, was ist Krypto überhaupt? Erstmal so ein bisschen, was ist Krypto? Wie kaufe ich das überhaupt? Wo, äh, kriege ich überhaupt seriöse Infos dazu? Nicht so, alle Leute, kauf das, fangt sofort an mit den Traden und Videos auch gesagt, in den ersten 90 Tagen verlieren 90% der Trader 90% ihres Kapitals und so ging's, glaube ich, mit vielen nur, dass viele so viel Kapital da reinstecken am Anfang, weil sie einfach denken, oh Gott, ich werd jetzt reich. Ich, ich bin froh, dass ich am Anfang nicht so viel Kapital hatte, weil mir ging's genauso. Ich hab auch einfach zum Verrecken erstmal Kohle verloren und es hat gedauert und Zeit in Anspruch genommen, bis du da auch wirklich dann mal im Flow drin bist, äh, und da auch wirklich dann mal Profite ergart hast. Aber da musst du dann auch, wie du auch gesagt hast, René, äh, du musst halt auch erstmal ein bisschen dranbleiben, ne? Und das sind dann die 10%, die da auch wirklich dranbleiben, die dann auch wirklich mal, äh, dann dauerhaft oder, sag ich mal, mehr Gewinn als Verluste dann wahrscheinlich realisieren. Aber, ja, das sind so die ersten Startschwierigkeiten, die vor allem einfach die neuen einfach haben. Es ist teilweise zu leicht, an Infos zu kommen, aber es ist auch dieser Überfluss an Informationen da draußen, den es einfach mittlerweile gibt. Es gibt so viele YouTube-Videos, es gibt so viele Kanäle, es gibt so viele Telegram-Gruppen und jeder will dir erzählen, ja, mit genau dem Coin wirst du reich. Do your own research. Das ist, glaube ich, so ein Begriff, den jeder da draußen kennen sollte, beziehungsweise jeder auch verinnerlichen sollte, bevor du in irgendein Projekt reininvestierst, egal wer sagt, ey, das wird das neue 100x-Projekt. Do your own research. Dior, wenn man das so schön, äh, sagen kann. Hoffentlich hab ich's richtig ausgesprochen. Aber das ist verdammt wichtig, meiner Meinung nach. Ja. Ja, ähm, das ist, also, ich kann das sogar sehr anschaulich, ähm, sehr, sehr, sehr gut veranschaulichen an meinem persönlichen Beispiel, weil ich beim Traden angefangen habe, da hab ich erstmal nur Spot gemacht, weil ich gar nicht wusste. Also, ich hab angefangen, das war relativ crazy, wir waren zu dritt und haben gesagt, ja, wir müssen jetzt einfach mal ein Bitcoin kaufen, das kann nicht sein, wir lassen das, wir lassen hier diese Opportunity an uns vorbeiziehen, jedes Mal wieder, und er wird jedes, er wird nach jedem Halving wieder noch höher und noch höher. Wir haben zu dritt gesagt, komm, wir kaufen jetzt ein paar Coins. Und dann haben wir Coins gekauft und da war ich davon so angefixt, dass ich einfach stundenlang mich vor die Charts gesetzt habe und Spot getradet habe. Und dadurch, da es eben der Bullenmarkt war und dadurch, dass man beim Spot ja auch nicht liquidiert werden kann, hab ich da erstmal relativ schnell viel Kohle gewonnen. Und, äh, das ist nochmal eine Ecke gefährlicher, weil jetzt kommt nämlich der Punkt, du denkst dir, oh, und das passiert nämlich ganz vielen auch, ich weiß, das ist aus der Schlongster-Gruppe damals, das ist vielen passiert, die dachten sich alle, wow, voll leicht, das ist ja ein Kinderspiel, ich kann ja hier Geld verdienen umsonst. Und das sieht auch erstmal so aus und du bist im Bullenmarkt und dein, und ich hab teilweise davor gesessen und mein Geld ging so pro Sekunde so hoch. Du siehst ja die Zahlen und das ist ja, das ist ja eine Adrenalinausschüttung oder eine Endorphinausschüttung. Du, das erzeugt ja Glücksgefühl. Du denkst dir, boah, krass, so viel verdiene ich im ganzen Monat nicht. Das habe ich hier gerade in zwei Stunden gemacht. Bam, 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 dein Geld geht immer höher. Und du sitzt davor und dann denkst du, ach komm, da hau ich jetzt nochmal 2000 rein und nochmal 3000. Das geht immer höher, noch höher. Und irgendwann, das war bei mir beim Filecoin. Ja, und das, das... Und ich war, und ich war an dem Tag, ich war an dem, ich kann euch das im Chat, zeigen, ich war an der Spitze mit dabei, also ich von relativ weit unten bis zur Spitze hin und hab dann an der Spitze aber nochmal ein Batzen Geld reingehauen und dann ist der innerhalb von Sekunden ist die Blase geplatzt und und Liquidation Chain. Das war innerhalb von Sekunden. Ich war fertig mit den Nerven. Ich hatte eine Menge Geld vorher gewonnen gehabt und das war alles wieder weg. und dann kommt der nächste Fehler und ich habe alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Ich habe aus Frust, weil ich mich darüber so geärgert habe, dass ich das Geld, was ich gewonnen hatte, wieder verloren habe. Ich war eigentlich bei Null. Ich hätte einfach rausgehen können, zufrieden sein können. Gut, war ein schöner Ride. Bin aber bei Null. Und ich war aber so, so... Nee, komm, das geht jetzt nochmal und jetzt muss ich nochmal und noch mehr und dass ich am Ende Geld verloren habe, weil ich diese sogenannte Revenge Trading, kennt ihr wahrscheinlich auch den Begriff, wenn man dann sagt, so, ich will jetzt mein Geld zurück. Hier, komm, das muss jetzt, das muss jetzt. Und nee, der Chart muss nämlich gar nichts. Vor allen Dingen nicht dann, wenn du es willst, dass der Chart irgendwas macht, dann wird er es nicht machen, höchstwahrscheinlich. Und ja, das ist halt dann der Punkt. Und ich kenne viele, denen es so ging, also ganz am Anfang, die im Bullenrun eingestiegen sind, auch teilweise sogar Leute von, also Kollegen von mir, die mir Ähnliches berichtet haben, die haben erstmal nur Kohle gemacht und haben dann gedacht, oh, wie einfach und immer weiter, immer weiter und irgendwann kommt das böse Erwachen. Und ja, und dann habe ich dann, genau, und dann hat sich das so entwickelt. Und ja, also das ist jetzt aus meiner Sicht so, weil ich war komplett unbeeinflusst von Telegram, YouTube. Ich war in meiner Bubble. Aber in meiner Bubble war das schon, das hat schon gereicht. Also da brauchst du kein YouTube und Telegram für, um Fehler zu machen oder dich anstecken zu lassen. Das kannst du auch ganz alleine schaffen, so wie ich. Und ich bin dann dadurch eigentlich erst zu, ja, ich bin dann irgendwann auf Basti gestoßen und durch Basti dann auf Telegram und dann, der Rest ist Geschichte. Ja, deswegen ist es krass einfach, was auch so einen Zeitpunkt ausmacht, wann du in den Markt reinkommst. Ich meine, bei uns war es ja so, Benji, wir sind beide relativ zeitnah oder gleich reingekommen in den Markt und dann siehst du einfach, okay, die Kurse steigen in den Bullenmarkt und du denkst, alter, geil, ja, so 100, 200K nächstes Jahr, Lambo oder WhenLambo. Also es ist einfach krass, was so in einem Bullenmarkt vorgeht. Und jetzt sind wir gerade mit dem, ja, To the Moon und WhenLambo. Und jetzt sind wir einfach so in einem Bärenmarkt. Und ich finde persönlich einfach, es ist vielleicht sogar sinnvoller, in einem Bärenmarkt einzusteigen, weil du einfach einerseits Mindset trainierst, du kriegst es mit, dass Kurse um 30, 40, 50 Prozent einbrechen können. Es ist völlig normal. Und dafür freust du dich dann doppelt so viel, wenn dann die Kurse wirklich nachhaltig steigen oder so. Wenn du long bist. Wenn du long bist. Oder nicht so wie ich damals. Kurze Story am Rande. Ich hab damals in Bullrun einfach mal geshortet. Es hat funktioniert. Das muss man auch erst mal hinkriegen. Kurzes Lob an mich selber. Ich habe damals die Candle, was war es, 40K hoch. Hab ich einfach grenzenlos runtergeshortet jeden Wig und ich hab's hinbekommen. War ein beschissender Muss. Meinst du diese erfolgreiche Short-Wig? Ja, das war die erfolgreiche Short-Wig, die in die Geschichte reingeht. Das ist einfach unglaublich. Das ist die geilste Geschichte. Und die erzählen sie immer wieder gerne. Das waren so die zehn grüne Tagescannels hintereinander. Es ging zehn Tage lang nur hoch. Und am Ende der Woche kommt Manuel im Telegram-Chat und sagt, boah, das war eine richtig erfolgreiche Short-Woche. Das war eigentlich so dumm, ne? Aber egal, das ist ein anderes Thema. Aber ja, es kommt einfach einer... Grüße ich ihn raus an Jude, falls ihr das hört. Stimmt, Jude. Er war dabei. Nee, aber es ist halt wirklich dieser Zeitpunkt einerseits, wo man reingeht. Und dann kommt's natürlich auch drauf an, ob man auch... Da sind wir wieder so einerseits bei Do-Your-Own-Research-Projekte und sowas. Aber auch natürlich so Exit-Strategie oder Entry-Exit-Strategie macht sich auch am Anfang keiner Gedanken. Weil einfach jeder denkt, boah, to the moon und sowas. Ich bin ehrlich, bei mir hat's... Ich hab im Bullrun echt wenig verkauft, weil ich immer dachte, boah, es geht doch noch höher, es geht doch noch höher. Weil's mein erster Bullrun war. Du bist so reingeboren, kann man ja wirklich so sagen. Ey, die Kurse steigen. Born to be long. Ja, die ganze Zeit steigende Kurse und du denkst, ja, es geht immer so weiter. Nächstes Jahr, wie gesagt, Lambo. Auch wenn man keinen will. Aber ja, das sind einfach so Punkte. Ja. Das ist halt auch wichtig, eine Exit-Strategie. Deswegen fahr ich ja mittlerweile so auch bei Altcoins. Coin macht 100%, 100%, also ein Satz raus und fertig. Dann hast du Ruhe. Es ist für deinen Kopf und für vielleicht, das ist nicht jeden die perfekte Strategie. Für mich ist es die halt, weil ich dann einfach schon mal ein bisschen safer bin, keinen Druck hab und sowas. Du bist mit deinem West draußen, ne? Aber das ist ganz wichtig. Das war das, was ich von Anfang an immer machen wollte. Ich hab's nur nie mich dran gehalten. Ja, und da wären wir aber auch wieder so beim Thema Mindset halt wieder, ne? Das ist halt, da spielt so viel einfach mit. Aber es ist so verdammt wichtig, Leute da draußen auch, die jetzt neu zu hören oder neu oder überlegen, in den Kryptomarkt reinzugehen. Versucht euch eine Entry- und Exit-Strategie. Es hat einerseits nicht wirklich was mit dem Traden zu tun, einerseits schon. Aber jetzt einfach nur mal so, okay, versucht euch eine Strategie beiseite zu legen. Wann wollt ihr Profite nehmen? Das ist ganz, ganz wichtig, auch Profite mal zu realisieren. Nur weil ihr sie auf dem, ja, in eurer App oder Wallet oder sowas habt, sind die noch nicht realisiert. Das sind zwei große, große Unterschiede. Ja, und haltet euch dran. Haltet euch an die eigene Strategie. Das ist, man macht sich, also bei mir war es so, man macht sich super tolle Strategien und alles. Und dann am Ende ist die Gier doch wieder größer und gewinnt. Und man hält sich an die eigene Strategie nicht. Und dann am Ende sieht man, hätte ich mich mal dran gehalten, dann hätte ich jetzt auch viel mehr Kohle gehabt. Und traden geht eigentlich nur darum, dass man die Gewinne, die man einfährt, auch behält. Und nicht wieder verliert. Gewinne machen, das machen viele. Aber die dann auch dauerhaft halten und sie beim nächsten Trade nicht wieder herzugeben oder noch im selben Trade, weil man den Trade nicht rechtzeitig zugeschlossen hat oder Profite genommen hat, wie Manu schon sagt. Deswegen skypen ja auch die meisten. Also, wenn ich mir das angucke, die meisten skypen. Jude skypt, ihr skypt eigentlich auch. Also, was heißt skypen? Skypen ist in dem Sinne noch, vielleicht noch mal mehr Sekundenschad oder so. Aber ihr macht schon keine rein-raus-Dinger. Und das ist auch okay. Aber das ist, also, dass man mal einen Trade über mehrere Wochen oder mehrere Monate so auf hat, kommt ja eigentlich fast nie vor. Sagen wir mal, geht rein, guckt, ja, hat sich gut entwickelt, sofort wieder raus. Oder, nee, hat sich nicht so gut entwickelt, Verlustminimierung betreiben. Also, Risk Management, hoffen, dass er noch mal auf einen Entry kommt und dann mit Null raus. So machen es ja die meisten in der Gruppe, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber das ist ja auch schon so komplett der falsche Ansatz so ein bisschen. Wenn du Risk Management betreibst und sagst, ja, komm, du wartest, dass er auf Plus, Minus, Null wieder ist und gehst dann raus, dann hast du ja faktisch gesehen schon einen Fehler gemacht. So, du gehst ja hin, sagst, du platzierst deinen Trade, du weißt, wo dein Stop-Loss ist, entweder gehst du über Trigger Order rein, sagst, okay, ab dem Punkt wird sie gelöst. Wenn er da wieder hochswappt, bist du drin, dein SL steht. Und dein Trade bleibt im Grunde offen, bis er in den Stop-Loss rennt. Nicht vorher gehe ich raus. Das ist so. Ja gut, wir brauchen jetzt nicht über Trading-Strategien im Einzelnen zu diskutieren. Das machen wir an anderer Stelle mal. Das machen wir an anderer, beziehungsweise. Das können wir mal gerne machen, aber das macht auch jeder anders. Also, ich kenne eigentlich keine zwei Trader, die gleich traden. Kenne ich nicht. Und ich kenne mittlerweile viele Trader. Aber jeder macht es anders, René. Und das ist auch okay, wenn deine Strategie so läuft. Aber ich sage mal so, im Endeffekt, mein eigentlicher Punkt ging ja nicht jetzt um die Strategie im Einzelnen, sondern eher darum, dass halt die meisten, die traden, die machen schnelle Reihen raus, Dinger. Guckt ihr den Jude an. Ich meine, der geht mit entsprechend hohem Einsetzen rein. Der kriegt auch sehr viel Kohle raus. Ich meine, er hat es ja genug gepostet auch in der Gruppe. Aber der macht auch. Rein, raus. Rein mit hohem Hebel und wieder raus. Bevor wir jetzt hier weiter das Trading intensivieren, für alle Neuen da draußen, bitte tradet nicht am Anfang. Wenn ihr gerade mal ein, zwei Wochen irgendwie im Kryptomarkt drin seid, hört auf zu traden. Und hört auf, auf Leute zu hören. Also bis auf Manu. Nee, generell einfach. Es geht darum, ihr werdet teilweise dazu verleitet. Wie gesagt, ich nehme mich da vielleicht auch nicht gerade mal fein raus oder so, auch wenn ich da jetzt nicht so aggressiv mit Werbung oder sowas mache. Darum geht es jetzt auch nicht. Es geht einfach darum, versucht euch erst einmal im Portfolio aufzubauen. Versucht erst einmal ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Nicht einfach, ihr seid zwei Wochen drin. Boah, ich habe Bitcoin gekauft. Bitcoin ist 10% gestiegen. Jetzt werde ich der Trader. Macht das bitte nicht. Versucht euch ein Portfolio aufzubauen. Versucht euch erst einmal in das ganze Krypto-Space irgendwie reinzuentwickeln. Dann gebt euch erst einmal Zeit, das alles zu verarbeiten. Weil da kommt so viel Input rein. Seid mal nur in der Telegram-Gruppe. Da kommen teilweise 100, 200 Nachrichten. Vor allem in einem Bullrun. Da bist du teilweise mal 300, 400 Nachrichten am Tag oder mehr drin. Wo jeder sagt, boah, hier der Trade und so. Lasst euch dazu nicht verleiten. Darum geht es jetzt hier in dieser Folge jetzt nicht, dass ihr jetzt hier die perfekte Strategie ist. Es geht einfach darum, dass ihr vor allem am Anfang einen soliden Einstieg überhaupt mal in den Kryptomarkt reinkriegt. Das heißt, dass ihr ein Portfolio aufbaut, euch informiert über News-Seiten oder sowas. Oder irgendwie überhaupt mal. Was ist überhaupt Bitcoin? Auch das wird, da bin ich auch schon im Hintergrund dran. Ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Dass ich jemanden kriege, der komplett euch mal über Bitcoin draußen aufklärt. Also wirklich mal eine komplette Folge. Only Bitcoin. Was ist Bitcoin? Was ist der Sinn und sowas? Beschäftigt euch erstmal wirklich mit Bitcoin, bevor ihr euch dann auch tiefer in die Altcoins. Aber das sind so Steps. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, da stimmen mir auch alle drei zu. Zeit ist einfach wichtig im Kryptospace. Und viele werden halt auch dazu verleitet, wie gesagt, dass es schnell, schnell gehen muss. Nein, du wirst nicht von heute auf morgen reich. Außer du hast jetzt zum Beispiel in Pepe investiert, wo er, keine Ahnung, ganz am Anfang. Aber das wird nie, also ganz, ganz selten der Fall sein, dass du so einen Coin mal erwischst und sowas. Und meistens verkaufst du dann auch nicht. Ja, das ist halt Casino. Es gibt 20.000 Coins. Und es kommt jeden Tag irgendein neuer Minicoin raus. Ja. Und wenn du das Glück hattest und du bist in so einem Coin wie Pepe dann dabei gewesen, ja, gönn dir Garn. Also ich gönne jedem seine Gains. Das sage ich immer wieder. Aber es ist einfach Glück. Das hat nichts mit Traden oder mit Können zu tun. Das ist an der Stelle Glück. Du warst zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Coin drin. Ich habe damals einen gekannt, bevor Dogecoin abgegangen ist, so krass, wie er damals abgegangen ist, also im Bullrun, der hatte irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Dogecoin oder so gehabt, für einen Cent gekauft damals. Der hat kurz, weil alle Coins links und rechts gingen ja damals ab, also im Bullrun. Und der Dogecoin, der gammelte und gammelte ganz, ganz lange Zeit. Der hat sich gar nicht bewegt. Der war irgendwann gefrustet und hat gesagt, ja, mein Geld liegt hier nur im Dogecoin und macht gar nichts. Dann hat er alle seine Dogecoin verkauft und in andere Coins gesteckt und dann ging der Dogecoin ab. Und der hat sich so hammerhart in den Arsch gebissen. Das ist ein Geduldsspiel. Im Bullrun ist es ein Geduldsspiel, wenn ihr mit Altcoins rumhandeln wollt. Ich bin ja sowieso der Meinung, irgendwann ist Altcoins, irgendwann hat sich das ausgealtcoint. Irgendwann hat auch der Hinterletzte verstanden, dass das alles eigentlich nur eine Verarsche ist, im Grunde genommen. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber ja, seid da vorsichtig. Und fangt mit Bitcoin an. Fangt damit, wenn ihr traden wollt, dann tradet Bitcoin und nicht irgendeinen Scheiß. Aber auch erst später, nicht jetzt. Also nicht sofort, wenn ihr jetzt hier in den Markt reinkommt. Bitte nicht. Darum soll es nicht gehen. Aber das, was du jetzt angesprochen hast, das zum Beispiel mit Dogecoin, ist ja auch schon wieder so ein bisschen FOMO in dem Sinne. Weil er alles hat gepumpt und dann hat er FOMO bekommen, ich gehe jetzt lieber in was anderes rein. Wenn ihr an ein Projekt glaubt und euer Do-Your-Own-Research betrieben habt, dann versucht nicht, irgendwie dem Markt hinterherzurennen. Das ist auch so ein Punkt. Renne niemals nach 100-Prozent-Kendel hinterher. Es kann absolut in die Hose gehen, es kann gut gehen. Aber es hat auch am Anfang bei euch nichts zu suchen. Sucht euch fundamentale Coins. Interessiert euch, wie gesagt, es ist wahrscheinlich Bitcoin am Anfang. Oder erst mal für den Markt. Und dann lest von mir aus auch Bücher. Auch da gibt es eine Menge Bücher, die ihr euch einfach durchlesen könnt. Da könnt ihr uns wahrscheinlich auch alle mal privat fragen oder in die Gruppe einfach reinschreiben. Aber ja, es gibt so viele Startschwierigkeiten beziehungsweise so viele Schwierigkeiten an sich, nicht in den Markt reinzukommen. Weil es ist ja eigentlich übel easy, einfach da einen Account zu eröffnen, da ein bisschen zu kaufen. Das ist eigentlich einfach. Aber das Schwierige ist dann, euch die ganzen Infos erst einmal rauszusuchen. Und das ist einfach das Heftige, würde ich sagen. Ja. Wie gesagt, fangt am besten sogar an, ohne Telegram, ohne YouTube, ohne alles. Macht euch selber Gedanken, macht euch selber einen Kopf. Das ist so eine Reizüberflutung, die da auf einen eintrommelt. Und im Grunde genommen rennt man immer irgendeiner anderen Strategie hinterher. Und das ist schlecht. Also das hat mich persönlich viel Geld gekostet, weil ich meine Strategie dann immer wieder angepasst habe, statt meiner eigenen anfänglichen Strategie durchgängig treu zu bleiben. Und das ist, und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich kapsele mich einfach mal vollkommen ab und ziehe einfach nur mein Ding durch. Und da lief es am besten. Und da läuft es jetzt auch wieder. Aber dieses, ich meine, sucht euch von mir aus einen YouTuber raus, der euch am meisten gefällt, wie zum Beispiel jetzt Manu oder so, guckt den und dann ist gut. Aber ihr braucht keine 500 YouTuber. Oder scheiß man auf die Clickbait-Titel von Manu, die sind alle Mist hier. Es kommt auch ein Inhalt an. Ihr braucht keine 500 YouTuber, um traden zu lernen. Das will ich damit sagen. Und dann in YouTube vermittelt er auch voll das falsche Bild mit den Clickbait-Titeln. Ja, wie gesagt, jeder YouTuber mit... Das ist einfach so, Traden ist komplette Rationalität von A bis Z und mentale Stärke. Das hat nichts mit, oh, Bitcoin pumpt auf 40.000 oder so zu tun. Das ist so, wenn das deine Analyse hergibt in diesem Moment, sage ich, ist das zu einem gewissen Maß okay, das dahin zu schreiben. Ja. Ich persönlich ist nicht mein Stil, mache ich nicht. So, aber, so, ich wollte Manu jetzt an der Stelle auch nichts Böses so. Jedem das Seine. Bei Manu ist das ja aus meiner Sicht, es hält sich im Rahmen und es bestätigt ja auch immer das, was er in seinen Videos sagt, soweit ich das immer sehe. Das Problem ist halt, dass der YouTube-Algorithmus das regelrecht fordert. Wenn du es nicht machst, kriegst du halt keine Reichweite. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, das ist das, was jeder YouTuber gerne möchte, Reichweite, weil es ist halt der Traum von jedem YouTuber, von seinem Hobby irgendwann mal leben zu können. Das sei auch jedem gegönnt und dafür brauchst du Reichweite. Und wenn du die Reichweite kriegen willst, musst du ein Stück weit auf Clickbait gehen. Anders bekommst du sie nicht, weil der Algorithmus darauf ausgelegt ist. Und das ist halt, ja, da muss man halt diesen Spagat halt wagen. Und ich habe das auch irgendwann erkannt, sage ich mal. Also ich habe mich ja am Anfang, das war ja vielleicht mal, glaube ich, die Zeit, wo Manu und ich uns nicht so grün waren, weil er auf einmal mit diesem Clickbait anfing und ich mich dann so angefangen habe, mich darüber lustig zu machen und dann war er angenervt. Und ich habe gedacht, warum macht er diesen scheiß Clickbait jetzt? Und irgendwann habe ich halt gecheckt, dass er das nicht macht, weil er das unbedingt geil findet, sondern weil er sich da mehr oder weniger zu gezwungen fühlt vom YouTube-Algorithmus. Aber genau, und das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Es ist ein schmaler Grat, muss man halt auch dazu sagen. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier die Mega-Clickbait-Dinger mache oder so, weil ich halt auch weiß, ich habe ja genauso scheiße angefangen da draußen. Also genauso auf die Schnauze gefallen, um das jetzt mal so zu sagen. Das bringt halt auch keinen weiter. Es kommt immer noch auf den Inhalt an, könnt ihr was daraus lernen. Aber wie gesagt, auch YouTube wird euch am Anfang wenig helfen. Macht es für euch selber. Sucht euch gescheite, entweder Bücher, Seiten, fundamental, irgendwas erst mal reinlesen, bevor ihr überhaupt irgendwie mit YouTube oder sonstigen anfangen. Ihr könnt euch gerne Videos zu irgendwelchen fundamentalen Coins angucken oder so, aber dann vergleicht die auch. Bleibt nicht vielleicht bei einem, hört euch mehrere Meinungen an und sowas und dann macht do your own research. Macht es, versucht euch da ein eigenes Bild und nicht, weil da jetzt der nächste 100x-Coin angepriesen wird oder generell. Ja, ich glaube, wir haben jetzt echt viel gequatscht in dieser Folge. Das letzte Wort, Leute, was ich euch versprechen werde. Meine Videos werden ein Leben lang gleich heißen. Da bin ich kein Spaß. Es ist mir scheißegal. Nee, finde ich auch gut. Also ich habe da, ja, nee, ist auch kein Problem, ganz ehrlich. Ich finde es auch gut. Aber wir können da gerne Wette 50 Euro machen. Irgendwann. Irgendwann. Ich brauche auch die Spanne, dass ich gewinnen kann. Ansonsten kannst du ja sagen, hast du nicht auf ewig durchgezogen. Mach mal mal heute in einem Jahr, okay? Hängst du eine Null dran? 500. 500? Das können wir privat auskaspern. Ja, Alter, wir wollen jetzt hier nicht über irgendwelche Wetten reden. Wetten ist auch eine Sucht, Leute, da draußen, um das Thema von der letzten Folge noch anzusprechen. Ja, deswegen wollte ich ja so reden. Nee, das machen wir jetzt nicht. Egal. Ihr habt es gehört, Leute, man ist drauf eingegangen, 501 Jahr lang durchziehen ohne Clickbait. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, nee, ich hoffe, ihr konntet da draußen jetzt echt viel mitnehmen, die letzte, ich glaube, halbe Stunde oder so, was es jetzt war. Schreibt gerne mal eure Meinung, wie seht ihr das, wie seid ihr möglicherweise auch in den Kryptomarkt reingekommen. Gerne auch mal Feedback dazugeben. Ja, oder auch mal Themen, wie gesagt, welche wir noch eingehen sollen. Trading war jetzt auch ein Thema, was jetzt öfters angeteasert wurde. Auch das werden wir in den kommenden Folgen irgendwann mal etwas ausführlicher auf jeden Fall besprechen. Auch andere Themen, die jetzt hier, man kann nicht alles in so eine halbe Stunde oder 20 Minuten Podcast reinstecken. Funktioniert nicht, wird aber die nächsten Folgen dann irgendwann mal kommen. Versprochen, da geht auch jeder mal so ein bisschen vielleicht auf seine Strategie ein. Wie fängt man am besten an und sowas, das kommt alles. und ich würde sagen, waren gute Schlussworte, jetzt mal ganz kurz abgerundet, macht euer eigenen Research, lest euch Bücher durch, versucht viel, viel anzuschauen, viel euch anzuhören vielleicht und einfach vielleicht möglicherweise am Anfang mit Bitcoin auszuarten. Damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke an euch zwei, das letzte Wort habt, wie immer würde ich sagen, einer von euch beiden, wer es ist, ist mir egal. Ich sag einfach mal tschüss, tschüss.